Yo, was geht ab YouTube? Nicht erschrecken, ihr seid hier wirklich bei einem Warzone 1 Video gelandet. Ich hab mal wieder Caldera gezockt. Ich weiß, Caldera ist nicht das Gelbe vom Ei, aber genießt einfach nur. Ich muss, das Video braucht nicht viele Worte. Schaut euch einfach das Video an. Wurde eine supergeile Runde, sogar mit einem lustigen Twist, wie man es eigentlich gar nicht besser hätte im Drehbuch schreiben können. Mehr muss ich nicht sagen. Genießt einfach Warzone 1, wie viel besser Warzone 1 als Warzone 2 ist. Seht die Realität ins Auge, so wie ich. Werdet erinnert, wie gut Warzone 1 war, abgesehen von der Map und genießt das Video. Mehr gibt's nicht zu sagen. Viel Spaß im Video. Macht's gut. Habt ihr ja klappen können. Das ist sehr random, oder? dass ich einen Loader draus bekomme. But I take it. I take it, bro. Wenn ich hier auch Perks finden kann, ist auch geil. Dumb ways to die. Wo hat der mich abgeschossen? Wie schnell das Loadout hier auch kommt, ne? So krass. Hier ist glaube ich One Shot im Kopf, btw. Die Sniper. Wollen mehr, was geht? Immer noch. Guck mal, wie gut die Killschicks sind. Man erkennt aber direkt, dass es ein Streak ist. Also wirklich direkt. Wollen sie nur die Platte holen? Chill, Bro. Das sieht nicht gut aus. Das ist gar nicht schlecht. Oh mein Gott, hat es bei ihm gekracht. Level 1000, by the way. Da hat es gekracht bei ihm. Ich glaube, der ist sauer, ja. Also glaube ich wirklich. Ich glaube sogar sehr sauer. Das ist er wieder, oder? Die Map ist halt so ass, ne? Muss man auch ehrlich mal sagen. Die Map ist wirklich nicht gut. Oh Gott. Oh Gott. Die Waffe, dass sie einfach One Shot im Kopf macht. Hier war ich irgendwie einmal, wo wir hier gerade sind. Also hier war ich glaube ich sogar noch. Das ist noch nie drin. Ich glaube der Level 1000 da kämpft hier jetzt irgendwo. High Alert. Nebula Rounds in die Waffe. Richtig. Das hier ist halt schon sehr wild, ne? Wo wir hier sind. Ja, dazu schon auch. Wir selber spielen auch, ne? Ja. Ich will ja mal nix sagen, Chad. Aber es kracht ordentlich bei den Leveln. Tausender hier. Gerade. Oh Gott. Ich will ja mal nix sagen, Chad. Ich hab jetzt vier Kills und davon waren wirklich drei Statter. Irgendwie Level 1000, dicker. What even is that shit, bro? Ja, ich bin echt tot. Loser runnieren. Ich werde noch nicht mehr. Loser runnieren. Loser runnieren. Loser blitzieren. Alright. Ich bin echt tot. Dump. Wise to die! Ja. Ja, fuck it. We're going to the load out, baby. Ja, fuck it. mein Gott Serpentine habe ich leider schon wie schnell man lootet guck mal wie clean der ist gerade gesehen was für tactical nuke ich wechsle jetzt einfach in der luft die waffe serien ah der ist tot perfekt nein 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 den habe ich nicht gesehen oh mein Gott ich habe ihn gar nicht gesehen da ist schon wieder der Level 1000 da Digga kann ich mal andere Leute fighten Jesus Christ Bro ich meine Ruhe wir haben uns bei Caldera beschwert dass es sich so lange gedauert hat ähm Killtricks zu benutzen look what we have now ne ist wirklich schlimm ich werde Stufe 3 gejagt Hacker bitte nicht hacken oh bitte nicht hacken wo hat der mich abgeschossen hoch nöö ... was übertreibt der Typ so mit seinen Stunz hallo Hat mich gerade stupid Perser gestream sniped in Warzone 1 und hat mich viermal gestunnt. Ich habe gerade in den Chat geguckt, Lex89, was für Aimbot, ist ja ein bisschen kacki. Boah, es gibt hier in jedem Shop Self-Revive, das ist krass und ich kann eine Drohne kaufen und sogar noch eine. Das ist zu hoch? Ne. Wo sind denn noch diese Bunker? Da oben ist einer auf dem Berg. Wo sind denn diese Bunker, wo ich reinkomme? Da, ne? Okay, shit. Neue Nora. Enemy droppin' into the AO. Wo ist das? 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 Wenn das? Ich bin. Ja. Wo ist das? Jetzt ist das. Oh, ja. So Homies. Alle waren Homies in den Chat. Homies. Warte mal, hat der Typ gerade auf mich gesnipet, wenn das derselbe war? Ah, der Same-Bot-Guy. Ah, der Same-Aim-Bot-Guy. Crazy. Danke für einen Sub im 34. Monat, mein allerbester. Muss eigentlich fliegen, der Typ, oder? Hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Wer ist jetzt auf diesem Headdy da oben, ne? So war gerade meine Bulle weg. Fire Sale is over. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt von dem Typ, den ich vorhin gedownt hatte und den ich Revivalent gelassen habe. Nein, das ist mein Freund. Das ist mein Freund. Das ist mein Buddy. Lässt er mich helfen? Ich bin doch dein Buddy. Ja, 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 ja. Ich komme zu ihm. Bro, er ist mein Buddy. Was mit ihm? Team. Homie. Oh, sorry, 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 sorry. War keine Absicht, Bro. Homies, chat. Alle Mann Homies in den Chat. Ich habe mir seinen Namen immer noch nicht gemerkt. Aber er hat sich meinen gemerkt. Auf jeden Fall hat er sich vielleicht auch meinen Skin nur gemerkt. Keine Ahnung. Der hat mich so gehasst. Das ist so dumm. Das hier. Er hat halt einen Rose Skin, ne? Was macht denn er da? Er ist irgendwie verwirrt, oder? Warte, ich habe dich. Ich habe dich, ich habe dich, Bro. Nice. I got you, my guy. No way. No way, das ist hier ein Solo gerade, Team. Who? Der ist voll weit in der Zone, Digga. Der hat einen Hack. Der hackt, oder? Pussis. Pussis. Guck mal. Mein Gott, ich komme nicht mehr in die Zone. Das ist kein Problem. Wir kaufen uns einfach eine Gasmaske und Platten. And we are Gucci. Im linken Haus. Oh, ich wurde angesnipet. Irgendwo dahinten, ne? Ich bin da. Ich sehe es nicht mal richtig. Ich ping für ihn. Da seht ihr leider nicht. Hat der gerade von hier geschossen? Digga, mein Pre ist so am Headglitschen da. Ich lieb's. Hinten muss eigentlich einer sein, wo ich hingucke. Oben ist da auch noch einer, aber hinten muss auch einer sein. Das ist der auch, oder? Ja. Oh, Baby. Ist das so satisfying hier. Noch zwei Gegner. Einer ist da ganz oben, links. Nee. Er hat ihn gekillt, der Pre ist. Komm mit, komm mit, komm mit. Der letzte ist hier oben. Letzte ist hier links. Ist das gottlos. Er hat ihn einfach gerade gesnipet. Er hat ihn einfach gesnipet, Chat. Nein, das ist nicht gut. Nachher sind es so viel besser. Oh mein Gott. Enemy Position Airstrike. Dann kenne ich seinen Namen nicht. Der Part ist so ein Feini, ist er. Aber ich glaube, hier ist auch nicht die richtige Reihenfolge, ne? Oh, warte mal. Eventuell hör ich jetzt die Leute reden, ne? Die haben Leute zu hoch. Das ist ja in Warzone 2 auch nicht mehr. Vielleicht hör ich die jetzt reden. Vielleicht werde ich jetzt beleidigt. What aimbot do you use then, gay boys? Hey Lex. 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 Yeah? What's up, bro? You wanna run some duos? The fuck? No, I don't play with cheaters. I am streamer. I'm streaming. I'm not cheating. No, I'm streaming. That just says it all then. Fucking all streamers use aimbot nowadays. Okay, man. I can't fucking play properly. Okay, man. I've seen your fucking aim in then. Fuck you, you did not miss one shot. Yeah, because I'm blessed. They turned it off. I'm blessed. What the fuck? This guy is mad. Host's mad. Aber komplett.